Dieses KI-Tool ist wirklich genial für jeden, der Video-Content produziert und zwar handelt es sich bei Minvo, das Tool, das du hier im Hintergrund siehst, um ein KI-Tool, mit dem man Short-Videos aus bestehenden längeren Videos erstellen kann und zwar blitzschnell und so wie du es hier auch siehst, mit animierten Untertiteln, mit B-Roll-Aufnahmen, also das jetzt, was übers Video gelegt wird, mit Split-Screen etc., was super ist für Interviews, also mit vielen, vielen Funktionen. Ich zeige dir in diesem Video das Tool Minvo von innen, also ich werde dir die ganzen wichtigen Funktionen zeigen und präsentieren und unter diesem Video ist ein spezieller Deal verlinkt zu Minvo, der wird aber nur noch für wenige Tage gültig sein. Für mehr Infos schaue also gerne in die Videobeschreibung und jetzt zeige ich dir, wie genial Minvo ist. Viel Spaß! So, jetzt bin ich in meinen Minvo-Account eingeloggt. Das erste, was man hier sieht, ist, dass hier schon ein Video ist. Ich habe aber schon deutlich mehr Videos in Short-Videos umgewandelt und zwar, was ich dir gleich zeigen möchte, ist, hier oben kann man switchen zwischen verschiedenen Brands, also Marken, beziehungsweise man könnte auch sagen, man könnte hier zwischen verschiedenen Ordnern switchen. Wäre vielleicht ein einfacherer Begriff, wenn ich hier auf Robert Leitinger gehe, dann siehst du, dass ich hier schon ein paar YouTube-Videos hochgeladen habe und daraus Shorts generiert habe. Ich bleibe jetzt mal auf dem My Uploads Ordner und das erste, was man eben machen kann, ist, dass man sozusagen ein bestehendes langes Video, das man hat und in Short-Videos umwandeln möchte, dass man das hier hochlegt. Das heißt, man klickt hier auf Plus und man könnte hier dann Make Shorts from a Video, da könnte ich dann draufklicken und entweder ich kann hier eine Datei reinziehen, um es hochzuladen oder ich klicke auf Import, dann könnte ich hier eine URL eingeben und wenn du schon mal auf einem YouTube-Kanal drauf warst, dann könnte ich so auch direkt Videos aus meinem YouTube-Kanal mit einem Klick importieren, ohne dass ich die URL eingeben muss. Also für Faule wie für mich ist das genau das Richtige. Genau, und wenn wir dann ein Video importiert haben, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe ja hier schon eins importiert, also ich habe schon mehr importiert, aber wenn man das importiert hat, dann ist der nächste Schritt, dass die KI automatisch gewisse Short-Videos erstellt. Da schauen wir jetzt mal kurz rein. Das Video ist, glaube ich, so ein 15-Minuten-Video, das ich da hochgeladen habe und die KI hat hier, ja, ich scroll mal nach unten, einige Shorts schon erstellt. In dem Fall sind es jetzt nicht so viele, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shorts, die erstellt wurden, aber keine Sorge, du kannst jederzeit, also das sind so Shorts, die die Software sozusagen schon mal vorerstellt hat für dich, wo die KI denkt, dass das tolle Ausschnitte sind und du kannst diese einzelnen Parts dann weiter bearbeiten. Was du aber auch machen kannst, wenn jetzt nicht das Passende für dich dabei ist, dann klickst du einfach hier auf Go Transcript und dann kommt das komplette Videotranskript und dann könntest du dir hier einen Bereich raussuchen, der dir gefällt, also zum Beispiel von hier bis hier, nur beispielshalber, könnte ich mir dann genau diesen Teil abspielen lassen. Und dann könnte ich sagen, create a short und dann würde er mir genau daraus ein Short erstellen, das ich dann eben weiter bearbeiten könnte. Also ihr könnt hier jetzt gehen, continue in editor, wenn ich da drauf klicke, dann komme ich zu dem Bearbeitungsmodus, wo ich eben alles anpassen kann, wie ich möchte. Ob dieses Short hier jetzt Sinn macht oder nicht, wie gesagt, das haben wir ja jetzt neu kreiert und ich habe mir nicht mal durchgelesen und ich habe nicht mal geschaut, welchen Abschnitt, das ich hier genau genommen habe. Keine Ahnung, ist jetzt aber auch egal, denn ich möchte hier jetzt mal nur demonstrieren die Bearbeitungsfunktionen. Und zwar grundsätzlich ist es so, sieht das Short jetzt so aus, wie man das halt eben kennt oder wie man es halt von dem Short gewohnt ist und ich habe dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, ich könnte hier mal zum Beispiel sagen, die Captions bei Settings könnte ich ausstellen oder einstellen. Und jetzt habe ich hier die Captions und die kann ich natürlich komplett nach meinen Vorstellungen bearbeiten. Ich habe hier Presets, da könnte ich verschiedene Presets, mit einem Klick kann ich das umstellen. Du siehst, also ich nehme jetzt zum Beispiel mal diesen Stil oder ich nehme diesen Stil hier oder ich nehme diesen Stil hier. Ich kann die Captions dann größer machen, kleiner machen, kann das fein anpassen, kann natürlich hier die Farbe, die Hintergrundfarbe und alles ändern. Kann natürlich auch sagen, wie viele Linien untereinander oder wie viele Reihen an Text dargestellt werden sollen. Also in dem Fall jetzt auf drei oder auf vier oder auch nur eine Reihe an Text, das könnte ich auch machen. Kann mir das natürlich hinverschieben an die Stelle, wo ich das möchte. Und du siehst, du hast da keine Einschränkungen und kannst hier das bearbeiten, wie du möchtest. Das Transkript ist ziemlich gut, auch für deutsche Texte, extrem gutes Transkript. Und wenn die KI mal einen Fehler macht, dann kannst du einfach reingehen und dann dieses eine Wort sozusagen hier im Editor umschreiben. Zusätzlich kannst du einzelne Wörter hervorheben, indem du sie größer machst, indem du die Farbe der Wörter änderst und so weiter. Und natürlich kannst du auch, wie ich schon gesagt habe, B-Roll einfügen, also als Overlays zum Beispiel andere Videos oder Bilder oder als Overlays natürlich auch Emojis. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, also ich klicke mit der rechten Maustaste hier irgendwo rein, Insert Emoji, dann könnte ich jetzt sagen, okay, hier an dieser Stelle soll das Emoji kommen und das Emoji machen wir so groß oder so klein und es soll so lange erscheinen. Also nur ganz kurz zum Beispiel. Schauen wir es uns mal kurz an. Auf der Ergebnisseite, ich scrolle da mal durch und vielleicht erkennt er... Genau, und du siehst, eine Hintergrundmusik ist auch drin. Also es gibt so viele Funktionen. Damit ich hier jetzt alles zeigen kann, spreche ich ein bisschen schneller, einfach, dass man einen guten Eindruck bekommt und ich die meisten Funktionen abklären kann. Aber wie gesagt, Hintergrundmusik, ich könnte jetzt mal auf Non stellen und dann hätte ich keine Hintergrundmusik, logischerweise. Dieses Bild hier, das habe ich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und wer würde jetzt sagen, dass sie... Genau, jetzt haben wir keine Hintergrundmusik. Man könnte natürlich hier eine wählen oder auch eine eigene Musik hochladen. Also jetzt nehme ich mal Epic Nummer 2. Gut, hier bin ich jetzt auf der Ergebnisseite. Ich scrolle da mal durch und vielleicht erkennt das jemand. Dieses Bild hier, dieses Bild hier, das habe ich auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Genau, also da kannst du Hintergrundmusik einfügen. Es sind hier ein paar, ich glaube so 15 Soundtracks, die du wählen kannst oder eben, wie gesagt, hier einen eigenen Soundtrack hochladen. Kannst natürlich Volumen steuern und so weiter. Und wie gesagt, B-Roll, ich könnte hier jetzt einfach Insert Media, da kannst du dann natürlich auch was Eigenes hochladen. Oder du könntest natürlich auch sagen, Search Media. Da könnte ich jetzt mal nach zum Beispiel Google suchen und dann würde er mir hier von den kostenlosen Stock-Datenbanken verschiedene Medien raussuchen. Könnte ich dann draufklicken und schon könnte ich hier ein Video sozusagen einfügen als Overlay. Okay, mache ich jetzt aber wieder weg, denn was ich auch noch zeigen möchte, was auch sehr relevant ist, ist natürlich, wie ich selbst dargestellt bin. Das heißt, wenn ich hier jetzt draufklicke, habe ich die Option natürlich, dass ich mich selber, wenn ich das hier auf der rechten Seite verschiebe, dass ich mich selber zum Beispiel größer mache. Also indem ich hier den Ausschnitt verkleinere, werde ich größer dargestellt. Ich könnte das natürlich auch viel größer ziehen. Dann hätte ich zum Beispiel oben und unten einen schwarzen Rand, aber dann werden die Captions schön freigestellt. Und könnte ich dann oben noch einen Titel einfügen. Das kann man auch hier unten, wenn man mit der rechten Maustaste ein Insert Text, dann kann ich noch einen Text hinzufügen. Den kann ich natürlich auch wieder nach Belieben stylen. Den könnte ich hier oben einen Text, der zum Beispiel im ganzen Video hier oben bleibt. Hier unten meine Caption. Und hier könnte ich mich dann selber darstellen. Also wirklich entweder das ganze Video oder mich eben größer darstellen. Oder, und diese Funktion ist auch ziemlich genial, ist für dieses Video vielleicht nichts Besonderes. Aber gerade wenn man zum Beispiel Interviews hat oder wenn du ein Webinar hast, woraus du Schwarz erstellen möchtest, dann kannst du hier auf der rechten Seite auf Split Screen klicken. Dann hast du hier plötzlich zwei Felder. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte, dass ich unten bin. Das heißt, ich nehme hier jetzt dieses Feld. Sie ist ein bisschen kleiner, damit ich ein bisschen größer dargestellt werde. Genau, jetzt wäre ich hier unten. Und hier könnte ich eine zweite Stelle sozusagen dann auswählen und die würde dann dargestellt werden. Macht jetzt bei dem Video wenig Sinn. Aber natürlich, wenn du ein Interview mit jemand anderem hast, könntest du hier auch Split Screen machen. Und das ist wirklich eine geniale Funktion. Also du siehst, du hast hier alle Möglichkeiten. Und natürlich auch bei den einzelnen Shorts, die ich gezeigt habe, die dir die KI vorproduziert. Wie gesagt, da kannst du jedes einzelne Short auch so nachbearbeiten mit diesen Funktionen, die ich dir hier gerade gezeigt habe. Und zusätzlich kannst du, wenn dir der Start- und Endpunkt nicht gefällt, bei jedem Short, das auch vorproduziert wurde, einen anderen Start- oder Endpunkt wählen. Wenn du sagst, okay, dieser eine Satz müsste noch dazu oder dieser Satz davor sollte noch dazu, dann kannst du das alles natürlich einstellen. Zusätzlich könntest du hier noch mit den Magic-Funktionen, Magic Cut, Magic Emojis, Magic Media, wenn ich da draufklicke, dann würde er das Video analysieren, würde er automatisch Gifte teilen, Bilder, Emojis etc. hinzufügen. Also auch diese Funktion gibt es und wenn du da drin bist und du möchtest jetzt Dinge wieder schnell entfernen, könntest du das natürlich auch machen. Hier auf Clear Events, dann könnte ich sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel, dass alle Emojis entfernt werden mit einem Klick und dann werden alle Emojis wieder weg und so weiter. Also du siehst, die Funktionen sind umfangreich und du kannst damit wirklich in kürzester Zeit ein gutes Content-Recycling machen und deinen bestehenden Content wiederverwerten, was natürlich auch Sinn macht. Da du hier aus bestehenden Content ganz schnell neuen Content generieren kannst mit ganz wenig Zeitaufwand. Aber das war noch nicht alles. Minwo kann noch mehr. Und zwar, du kannst deine Social-Media-Plattformen direkt verbinden und dann die fertigen Short-Videos zum Beispiel direkt zeitgesteuert auf diesen Social-Media-Accounts freigeben. Also wenn man hier auf Accounts klickt, dann sieht man, kannst du hier Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn und Facebook sozusagen verknüpfen. Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe noch gar keine Accounts verknüpft. Du kannst natürlich die Videos auch einfach runterladen und dann auf YouTube wieder hochladen, so habe ich es bis jetzt gemacht. Aber anscheinend kann man auch unendlich viele Accounts verknüpfen. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur einen Instagram-Account verknüpfen, sondern mehrere. Wie gesagt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das war immer noch nicht alles. Du kannst auch Text-Posts aus diesen Videoschnipseln sozusagen erstellen, weil die KI ja eben den Content bekommt, beziehungsweise den Inhalt durch das Transkript des Videos. Und dann kannst du dir daraus auch Text-Posts für Social-Media zum Beispiel erstellen lassen. Ist jetzt nichts, was ich mache. Ich brauche es wirklich tatsächlich für meinen YouTube-Kanal, um Short-Videos zu erstellen. Aber gerade wenn du direkt auf Social-Media auch sehr aktiv bist, dann ist Minvus sowieso Gold wert. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit dem schnellen Review. Wenn du weitere Fragen hast, dann schreib bitte gerne einen Kommentar. Und wie gesagt, noch für wenige Tage gültig gibt es einen Spezial-Deal und dieser Spezial-Deal ist unter dem Video verlinkt. Wenn ich dir mit dem Video weiterhelfen konnte und dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ciao!